Ja, hallo und willkommen zurück. Wir müssen uns mal die Quarker angucken. Quarker. Gibt es noch... Sind die alle aus dem Front jetzt so? Hier in Norden sind es so... Herkunft. Der ist ganz schön teuer. Der ist ganz schön teuer. Hier hauen wir dich mal mit rein. Gut, du hast mancher Teufel. Emu. Wo warst du? Hier hauen wir dich mal mit rein. Da müssen wir frisches Blut reinkriegen. Okay, wir haben jetzt die Ecke hier gemacht. Mit einer Unterwasserfackel. Das finden wir jetzt... In der Deko. Immer nicht Dekoration. Schilder. Requisiten. Da ist gar nicht so eine kleine Wege, wo ich die rüberheben kann. Jetzt fange ich nicht an, dass ich die wieder... Nee, 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 nee. Haben wir hier den Platz? Boah, entspannt euch, Leute. Alles wird gut. Oh, Entschuldigung. Wir könnten dich aber jetzt hier reinsitzen. Wir haben hier noch so eine kahle Stelle. Wir haben hier so eine kahle Stelle. Alter, wie groß bist du? Das wird so ein bisschen deplatziert, ne? Okay, nee. Nee, nee, nee. Muss mir echt hier was für die Dinger überlegen, ne? Könnten wir eigentlich gleich mal machen. Setzen wir uns einfach nochmal... ...irgendwo in der Wallachai so ein Ding hin. Dann probieren wir da nochmal rum. Das formt mich, weil die Dinger sehen so... Die passen so... ...wann ich deaktivieren? Nicht in Betrieb. Danke. Ah, dann kriege ich ja nicht immer diese... ...diese Anmecker. ...wann ich das jetzt mal. hier. Hier eigentlich irgendwie was Simples, Einfaches bauen. Das sieht ein bisschen vernünftig aus. Können wir die jetzt einfach mal hochklappen? Die können wir ja schon bald zweimal hinsetzen. Okay. Gehen wir jetzt da an sich? Komplett auf dieselbe Höhe? Oder machen wir jetzt einfach das Bedienfeld frei? Ich würde sagen, wir gehen mit. Wir machen jetzt erstmal komplett ran. Da ist mir noch das 45-Grad-Dings drin. So, ich will mich auch ein bisschen freier bewegen. Gehen wir noch ein Stück hoch? Ich würde sagen, wir gehen so hoch und hauen lieber noch einen dritten unten ran. Ich würde ein bisschen mehr Fleisch haben. Können wir die eigentlich wieder wegnehmen? Weg. Intuell würde ich ja gerne noch ein bisschen... Oh, das geht. Ah, das geht. Ich glaube, es geht. Da ist mir hier. Genau da, genau so machen wir das. So ein bisschen hübscher gestalten. Die Ecken können wir noch ein bisschen kaschieren mit. Jetzt noch mal zurück. Hier komplett ran, ich weiß es noch nicht. Ich glaube der kommt nicht ganz damit so klar. Gehen wir komplett ran, ich weiß es nicht. Wir sagen wir gehen an das Geländer komplett ran. Sollte auch greifen. Park kommt auch mal ganz schnell ohne mich klar. Was haben wir denn? Umquelle nicht zugänglich, okay. Demo Überbelegung, danke. Danke Spiel. Machen wir gleich. Du Heilerd. Aktivität, ihr dürft euch fortpflanzen. Hier hier unten nicht. Werfen wir sie günstig auf dem Markt. Ich glaube wir gehen komplett ran, oder? Ja. Moin, das war's noch nicht weit. Ich hab dich gegabt dir. Ich sollte das heute nichtgaschern und da sein. Ich weiß es nicht, ob es gut funktioniert. Entschuldigung und schnell machen. Und ich brauche mich. Ich bin einfach nicht. Ich hab einen Kopf. Damit die so ein bisschen mehr zum Szenario passen. Na, kommt das Spiel nicht mehr ganz so klar damit. So, und jetzt hier in den Ecken setzen wir Holzpfeiler. Wo haben wir sie denn? Welche nehmen wir denn? Zwei Meter? Ne, mal zwei Meter Mittel. Ich glaube, zwei Meter Mittel passt ganz gut. Jetzt machen wir das so. Ja, echt mehr zum Szenario passen. Wirkt das nicht wie so ein Fremdkörper? Na, Spiel? Wollt ihr nicht gut drauf? Muss ich nichts hier leisten. Haben wir die noch auf den dicken Breiter? Jawohl. Was kriegen wir hin? Was sollten wir hinbekommen? Was produzieren wir? Null Volt? Ändern sich die Zahlen? Müssen wir da mal gucken. Ah, nicht weg. Das müssen wir halt nochmal einmal kurz gucken. Ähm, da hin. Gehen wir jetzt hier, ich würde sagen, wir gehen auf diese Etage. Ich würde gerne komplett sehen, ne? Schön hinten ran. Ah, ein Stück hoch, wa? Ich würde ja schon sagen, so kann sich das sehen lassen. Was soll ich jetzt hier so in unseren kleinen Kasten haben. Wenn wir gleich noch speichern. Jetzt werden wir den erstmal irgendwo mal rumsitzen. Ich weiß nicht mehr, dass das ganze Ding nicht mehr ganz so kacke aussieht. Ich würde noch ein bisschen ausrichten. Aber ansonsten. Na, so. Irgendwas tue ich. Lass uns das anders machen. Wir müssen das Ding speichern. Dann hätten wir das als... Gebäude. So, äh. Jetzt Baupand speichern. Solarverkleidung. Verkleidung. Gut, okay. Sonstiges. Informationshoheingang. Szenarien, Audio. Sonstiges Szenario. Sonstiges Gebäude. Schönen Tag. Gut, jetzt hätten wir das. Ist schon sehr straff gebaut. Meine Baupläne. Kann ich auch nicht. Ja, solange es sich irgendwo durchguckt. Nicht damit cool. Dann bin ich damit echt cool. Höh? Schon wieder weg? Ja. Na. Oh, solange ich durchgucke, ist erst mal das in Ordnung. Ja, aber jetzt. So sieht das alles ein bisschen feiner aus. Filigraner. Gefällt mir besser. Er ist auch nicht ganz gerade, ne? Aber ist okay. Ah, sollte passen. Sollte passen. Komm mal hin. Mannischer Teufel. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass uns die Tiere leerlaufen. was noch nicht alle gehen. Ja. Ah. Da ist die Tiere. Ja. Ah. 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 Ja, das kann man so verkaufen. Zack, 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 zack. Was ist immer noch Plus? Das ist okay. Ja, Essen haben wir zum Überangebot. Da, da, da. Ich gucke immer nach den Ecken so ein bisschen. Vorne lang war an. Auf eine Höhe einigen. Klingt nach dem Plan. Erstmal Höhe. Höhe haben wir, jetzt ausrichten. Ja, dich kann man schön verstecken. Wie war das alles kaputt? Was ist los bei euch? Ja. Da kommt der Kleine angefatschelt. Der Inspektor ist auch schon da. Der Inspektor ist auch schon da. Sehr schön. Oh, ich muss hier noch Mülleimer hinsetzen. Bepasst. Untertitelung. O unser Herr ist auch so. wir hätten das auch gleich und die dumm aber es sieht so viel besser aus sieht so so viel besser aus gleich mal gucken ob wir die mitarbeiter noch einmal upgraden ist schnell noch in der folge fertig sehr schön so dahin 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 haben wir jetzt alle wenn ich nicht weiß wo ich das zu finden wo ich noch was zu finden aber gut leute und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis denn ciao